Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von 140 wenn ich es ab jetzt nur noch nennen werde Scheiss auf Englisch Ich habe mir das zweite Döckerli Rundumeli Kügele schon mal geholt und ich würde sagen WAP 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 ZWEITER LEVEL What is happening? Eh nicht Wir können morphen Oh wie geil Neue Mechaniken Ich liebe sie Ah geil Ich sage das Spiel ist so viel Freude Nein Nein Und Frust Wow Wow Das ist mein Glück als Verstand gesehen In die Freiheit mit ihr Was? Wie geil Oh es wird immer geiler Ich liebe es Oh oh ich sollte nicht loslaufen Nein 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 Lernen Lernen Einfach Nie einfach so loslaufen nach einem Checkpoint Ah ich muss schneller sein Sonst komme ich hier nicht durch Okay Nein Warte 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 Wir müssen hier schnell durch Ich bin zu langsam Viel zu langsam Tum 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 Ach ich meinte es startet schon Sorry Okay, dann probieren wir das nochmal. Immer noch zu langsam. Viel zu langsam. Wo will ich da durchkommen? Hallo? Also, jetzt zählen wir einfach mal. Nein, nein, ich kann zögern, sonst hätte ich es gehabt. Es war schon mehr Glück am Anfang. Okay, probieren wir das nochmal. Das sollte funktionieren. Wenn es schwarz wird. Nein, ich habe wieder etwas gezögert. Wenn ich einfach... Ich habe das Timing nicht drin. Ich habe das Timing absolut nicht drin in dem Ding. Was? Du kleine Dragsau. Okay, jetzt haben wir es aber beim nächsten Mal. Was soll denn das? Das gehört doch gar nicht. Das ist unverschämt. Mann! Okay, der Spass ist weg. Jetzt muss ich keinen Spass mehr. Scheiße spiel. Ich will einfach... Ich will einfach... Ah, ich meine... Ich darf nicht dort sein, wo der Würfel als nächster herkommt, sonst sterbe ich okay. Ahhhh, wie soll ich da durchkommen? Ohhhh... Ohhhh... Du Dreckes 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 Ding. Ah, warte. Moment. Vielleicht kann ich einen anderen Ansatz wählen. Genau... Ahhhh... 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 Scheisse, scheisse, scheisse. Lektion nicht gelernt von vorher. Warte. Ahhhh... Ah mann... Okay. Völlig verseit bei diesem Rätsel vorher. Jaaaa... Ich bin total in-violett. Nein, ich bin... Ich bin gerade gesprungen! Ich bin gerade gesprungen. Dreckes Ding. So, also, auch ein Track kommt wird wieder treibender. Spring! Huah! Huah! Spring! Ja! Okay, da unten komme ich nicht durch. Wegen dem muss die Kugel hierher sein wahrscheinlich. Komm schon. Wir warten lieber hier. Ob ich noch eins weiter hätte können wahrscheinlich. Jawoll! Das schaffe ich doch hier zu holen. Nein! 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 Ein zweiter Versuch kann wohl nicht schaden. Yes! Bitch! Ah, jetzt muss ich wieder zurück. Blöd! Ah, jetzt können wir nur einen aus Small machen. Oh, im richtigen Moment warten. Ja! Super! Jawoll! Bravo-lu... Bravo-lös! Bravo-lös! Bravo-rös gemeistert! Wow! Nein! Blöd! 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 Tuck! 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 Nein! Nein! Sorry, ich konzentriere mich grad... Ah, das hat schon weh. Ah, das hat weh getan. Nein, das auch. Das tut auch weh. Oh fuck. Ich konzentriere mich wieder. Ich bin wieder still. Okay, jetzt habe ich runtergefallen und hoffe. Jawohl, nächste... ...nächster Jack-Bone. Ich kann nicht mehr reden. Ich konzentriere mich zu stark auf das Spiel. Ah, es hat vielleicht... Nein! Sorry, sorry. Das war auch blöd. Okay, wieder konzentrieren. Hey! Das ist schon wirklich eine Zehntelsek... Ah, shit, 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 shit. Zehntelsekunde gewesen. Und... Blöd. 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 Und warte. Und... Gumpen. Okay, ich werde das schon noch schaffen. Keine Angst. Und... Tag. Und Tag. Jawohl, danke, Checkpoint. Ah, das ist blöd. Ich weiss nicht... Ja, das Timing ist ja mal recht dumm. Oh, oh. Ah, ich muss mich einfach... Ah, warte. Es blieb da mal weg. Es blieb da mal weg. Wem blieb es nicht lang weg? Ah. Das habe ich noch gar nicht gesehen. So, jetzt. Eins, zwei, weg. Tag, tag. Und jetzt. Eins, zwei, weg. Eins, zwei, lang. Eins, zwei, weg. Ich zähle jetzt einfach immer mit, was sicher enorm... ...nervend ist. Oh, das ist eine Scheisse. Oh, das ist eine Scheisse. Okay, warten wir ab. Tag, tag. Bitte lang, bitte lang, bitte lang, bitte lang. Uaaaah. Das war cool. Oh, wie gemein. Ich musste in die Mitte. Ah. Ja. Jawohl. Ah. So, ich kann mich so konzentrieren. Nein. Jetzt ist es so gut gelaufen. Fokus. Hey! Hey! Unverschämt, unverschämt. Echt, ich bin gerade gesprungen. Springen. Und spring! Nein! Nein, 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 nein! So viel Fehler gemacht, so viel Fehler gemacht. So viel Fehler gemacht. Ich weiss, ich hätte immer früher gehen können. Aber es ist verdammt schwer. Da muss ich... Also nicht verdammt schwer. Da muss ich schon recht konzentrieren. Und es... Es... Es geht so viel ab. Auf dem Bildschirm. Jawohl, nächster Checkpoint. Es bewegt sich alles. Okay, dann müssen wir warten, bis es durchsteckt. Zwei. Lang. Eins. Zwei. Lang. What's up? Wer kommt eigentlich die Kugel? Ich springe sich nicht hier runter. Ah. Okay. Okay. Jetzt hat es nachher eigentlich die erste Kugel. Auf der Bildschirmzeitung. Was? Ah, es wechselt ab zwischen diesen zwei. Nein, wie gemein. Okay. Schnell runterfallen. Und nochmal runterfallen. Wie grandios. Okay, das heisst, jetzt hat es eigentlich in der Mitte kommen. Oh. Jetzt wieder hier runter. Nein, jetzt kommt es echt dort. Da habe ich es einmal verpasst. Okay, dann kommt es jetzt hier runter. Okay, dann kommt jetzt hier runter. Okay. Nein, jetzt weiss ich, wenn es herkommt. Ich habe es verpasst. Okay, jetzt in der Mitte aber. Hoffentlich. Yes. Ich habe es erwischt. Es ist nur eine Minute gegangen. Und wir wandeln uns um. What? What? Gravitation endet sich. Wieso? Wieso das? Das ist verwirrend. Was soll das? Und wieso du auch nicht? Ich checke es nicht. Wieso? Ah. Ich checke es. Es ändert egal wo. Okay, machen wir es nochmal. Wie geil, wie geil. Es zieht mich mit. Nein. Es ist ganz ein bisschen zu früh. Okay. Okay. Hey. Ich kann es nicht berühren. Ich war hier an der Wand. Das ist Frechheit. Die Hitbox ist viel zu gross. Ein Pixel zu gross. Okay. Tak. 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 Das hat ja gar nicht gebracht. Okay. Ja, das soll wirklich besser zeigen. Also wenn wir da noch das richtige Timing finden. Tak. 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 Abspringen. Okay. Zack. Off. Zack. Up. An. An. Ich wollte bei Off abspringen. Ich glaube, dann sollte es funktionieren. Genau. Zack. Zwei. An. Jetzt sollte ich springen. Also nicht jetzt, sondern vorne. Also. Off. Up. Off. Nein. Also nochmal. Oh. Up. Off. Ja, genau. Genau. Herrlich, wenn es funktioniert. Oh. Es ist... Es ist irritierend, wenn du plötzlich aufgezogen wirst. Kannst du nicht schneller rollen? Aaaaaaah. Panik. Ich kann es nicht sehen. Sorry. Aha. Nein. Nein, nein, nein. Lieber langsam. Nein. 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 Wie blöd. Wie dumm. Es ist echt... Es ist... Ich weiss, im Zuschauen regt man sich abartig auf. Ich kann nicht nur so schlecht sein. Aber... Meine Sinne... Meine Sinne sind völlig verwirrt. Nein. Nein. Es ist blöd, wenn du schon siehst. Nein. Es ist ein bisschen zu kurz. Aber... Du probierst es halt gleich noch. Ah, Mann. Meine Ohren. Meine Ohren. Okay. Äh... Wir machen an dieser Stelle... eine Pause. Die Episode ist genug lang. Ich muss jetzt... eine weisse Wand anstaren und Ruhe um mich an. Das Spiel ist so verordentlich, was die Sinnesreize anbelangt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Episode wieder. Tschüss zusammen.